Hallo, mein Name ist Alyssa Nelson von World Vision Schweiz. Wir sind heute bei Velesch und sie will uns eine Spezialität aus ihrem Heimatland kochen. Hallo Velesch! Hallo Alyssa! Velesch, von wo bist du? Ich komme aus Eritrea. Schön! Und was kochen wir heute? Wir kochen heute Ingera. Ingera ist das leicht säulisch schmeckende Brot. Und mit was isst man Ingera? Mit Soße. Mit Soße? Und das werden wir heute kochen? Ja. Wunderbar. Wie oft isst man Ingera in Eritrea? In meiner Heimatland? Ja, oft gegessen. Ausgegessen? Ja. Da bin ich gespannt. Lass uns beginnen. Velesch, den Teig hast du ja gestern schon vorbereitet. Und der braucht einen Tag um zu ziehen. Und den wirst du heute noch auspacken. Wunderbar. Da bin ich sehr gespannt. Lass uns beginnen. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Welesch, diese feinen Soßen, wie lange kann man das aufbewahren im Kühlschrank? Zwei bis drei Tage. Wow, und das Frott? Das Frott ist lange bleiben bis eine Woche. Wow, super. Wow, super. Wow, super. Melesch, das sieht wirklich unglaublich aus. Wie isst man Ingera jetzt mit den Händen, mit den Soßen? Kannst du mir das mal zeigen? Was heisst? Was heisst guten Appetit? Ich glaube, ich bin ja im Kühlschrank. Das ist gut, ich bin dran. Und das war's für heute. Guten Tag!